Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich sitze jetzt gerade hier im Backstage mit dem lieben Isak. Da hinten ist der Ramon, der Gitarrist. Und ja, ich bin ja hier auf Tour bei Mike Singer mal wieder. Mega geil auf jeden Fall. Aber dazu wird noch ein separates Video kommen. Heute werde ich ein paar Fragen beantworten, die ihr mir auf Instagram gestellt habt. Also, Isak, du wirst die Fragen heute vorlesen. Ich habe schon mein Handy in die Hand bekommen. Mein Handy. Und ich würde sagen, wir beginnen auch jetzt mal. Okay, Isak, dann fang mal an. So, wie groß bist du? Welche Schuhgröße hast du? Ist keine bessere Frage eingefallen. Von x.alexia. Schuhgröße? Und was noch? Und wie groß du bist? Ich bin 1,65 und meine Schuhgröße ist 37, 38. Also, es kommt immer drauf an, in welcher Schuh. Ja, so. Guy is real. Was ist das verrückteste Fan-Geschenk? Hm. Das verrückteste Fan-Geschenk? Einmal habe ich so eine ganz, ganz, ganz lange Rolle bekommen. Aber keine Ahnung, wie lange die war. War auf jeden Fall schon sehr lang, die voll geschrieben war. Das war auf jeden Fall echt krass. Also, ich will gar nicht wissen, wie lange die da dran gesessen haben. Aili K.J. Wie ist es mit den ganzen Jungs auf der Tour? Mega geil. Also, das fragen wirklich voll viele, ne? Wie die, äh, die wollen das immer verstehen können. So, ich als einziges Mädchen so, mit Jungs. Was passiert da? Was mache ich mit Jungs? Und, äh, wie komme ich damit klar? Wie gehe ich mit denen um? Also, ganz ehrlich, ich, keine Ahnung, irgendwie ist das so alles voll locker und cool und ich verstehe mich mit allen voll gut. Und, ja, das sind meine Brüder. Ne? Yes, 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 yes. Perfect Singer. Würdest du eine eigene Tour irgendwann mal machen? Ähm, ich kann euch gar nichts dazu sagen, aber wenn ich die Gelegenheit bekommen würde, dann würde ich das sogar sehr, sehr gerne machen. Also, das wäre echt krass. So meine eigene Tour. So, ich bin ja jetzt nur so als Special Guest hier und das ist schon für mich sehr krass. Und so eine eigene wäre ganz geil. Ja, nice. Julian unterstrich Jair. Magst du Sushi? Fragezeichen PN. Ich liebe Sushi. Okay, ähm, Sushi. Ich habe einmal im Restaurant habe ich Sushi probiert, aber das ist ganz lange her. Das ist schon ein paar Jahre her. Da hat es mir gar nicht geschmeckt. Ich weiß nicht, viele sagen zu mir, Enja, du musst richtig zu so einem Sushi-Laden gehen und da schmecken die bombastisch. Und jetzt will ich irgendwann mal wirklich richtig Sushi essen gehen, um mich davon zu überzeugen. Vielleicht schmeckt es mir dann diesmal, aber ich kann es jetzt nicht sagen. Also, soweit ich mich erinnern kann, hat es mir nicht so geschmeckt. So. Positiv Mike. Würdest du ins Dschungelcamp gehen für 100.000 Euro? Nein, 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 auf gar keinen Fall. Lass mich schon mal zu Ende kommen. Nein. Ähm, wollte sagen, dass du nie vergessen sollst, wie toll und wunderschön du bist. I love you. Kannst du mich grüßen? Ich grüße dich, Laura. Ich grüße dich und danke schön. Und nein, ich würde nicht ins Dschungelcamp gehen, weil, oh, ich habe so Angst. Oh mein Gott, Leute, ihr wisst nicht, was passiert ist. Gestern Abend, ich wollte ins Bett gehen. Plötzlich gucke ich nach oben an der Decke und was ist? Sind da so Plastikspinnen, ne? Ey, das war so, ich habe richtig geweint. Ich hatte so Angst einfach. Deswegen, ich würde niemals in so einen Dreckskack dahin gehen. Also, sorry, ne, für diesen Ausdruck, aber, ne, alles was mit so Krabbel. Oh mein Gott, du kannst ruhig laut lachen. Er lacht auf einmal laut. Okay. So, jm. Jm02. Wann hast du angefangen zu tanzen? Schon seitdem ich drei bin. Ja. Würdest du mal Fallschirm springen oder Bundyjumping machen? Auf gar keinen Fall. Ich habe, ich weiß nicht, also ich bin schon so ein richtiger Freak. Ich weiß, mir sieht, also das sieht man mir zwar nicht an, aber ich bin wirklich ein Freak. Ich mache auch alles mit. Ich lasse mich auch zu vieles überreden, aber das würde ich niemals machen. Ich hätte da so Angst vor. Ne. Du, würdest du das machen? Ich glaube, Falschum springen würde ich machen, aber Bundyjumping, ne, aber Bundyjumping, ne, hätte ich selber auch aus. Ich hätte, ja, Bundy ist schon krass. Das, ich habe mir vor, dass das Seil reißt oder so. Ja, das war doch schon mal so. Irgendwas war doch mal so. Irgendwas war doch mal so. Boah, ne. Geht gar nicht. Mike's Déjà-vu. Würdest du lieber eine erfolgreiche Sängerin sein und dafür nie wieder tanzen können? Oder liebe eine erfolgreiche Sängerin und dafür nie wieder singen können? PS, ich liebe dich, kannst du mich grüßen? Boah, scheiße, das ist richtig schwer gerade. Das ist richtig hart, weil ich singe unfassbar gerne, ich tanze unfassbar gerne und beides ist für mich so gleich. Also, keines ist, wo ich jetzt sagen kann, boah, ich singe viel lieber oder ich tanze viel lieber. Aber ich glaube, ich würde sagen, ich würde lieber singen können. Also, und halt nicht tanzen können, meine ich, ne? Weil, ich weiß nicht, vielleicht ist Tanzen lernen leichter als Singen lernen, oder nicht? Naja, ich finde, Tanzen ist eher anspruchsvoller. Also, Singen, wenn du die Gabe hast zum Singen, dann ist Singen wesentlich einfacher. Ja, du kannst ja auch die Gabe zum Tanzen haben. Ja, also, das ist eigentlich eine Frage, die so... Ja, das ist schwer. Zart. Ich kann es nicht richtig beantworten. Sorry. Beides, ich liebe beides einfach unfassbar. Boah, hier ist eine sehr, sehr gute Frage. Lieber wissen, wann du stirbst oder wie du stirbst? Oh, scheiße. Boah, das ist... Also, mich würde das wirklich interessieren, wie ich sterbe, ne? Ja. Aber wenn, wenn dann wirklich so was Krankes kommt, ne? Dann ist es vorbei. So, du kannst ja auch Glück haben, indem die Alter schwächelt, dann weißt du, du wirst alles. So, allerdings, wenn es halt dann Auto gefüllt ist, dann weißt du halt auch nie, was passiert. Ich glaube, ich würde lieber den Tag bis... Oh, nein, das ist auch scheiße. Nein, ich würde den Tag... Ich glaube, ich würde lieber wissen, äh, was... Also, woran ich sterben werde. Weil du weißt ja dann, du siehst ja dann, aha, jetzt ist der Tag und jetzt wird irgendwas heute passieren, dass ich sterben werde. Und ich glaube, das ist viel schlimmer, als wenn du weißt, so, okay, das kommt plötzlich so, ne? Also, ich würde sagen, ich würde das lieber wissen, wie ich sterbe. Wie? Okay. Also, ich bin dafür, dass sie jetzt mal rausgehen. Raus? Ein paar Leute noch fragen. Stimmt, oben sind ja noch andere Menschen. Oben sind ja noch sehr, sehr viele Menschen. Vielleicht haben die die ein oder andere Fragen. Sollen wir mal gucken gehen? Was meint ihr? Yes, yes, yes. Was meint ihr? Ich glaube, ja. Okay, ich nehme euch mal mit. Wir gehen mal gucken, was da oben ist. Ich weiß selber nicht was. Ich sag, weißt du es? Ich weiß es, aber vielleicht wirst du es ja noch nicht. Oh, okay, dann schnell. So, und jetzt machen wir rechts. Oh, das sitzt ganz gut. Ja. Anja! 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 Anja, du bist so schön. Ja, komm mal her. Kuchichaschli. Oh, wie viel. Was? Kuchichaschli. Ich habe auch Kuchichaschli. Ja, kommt eigentlich sehr gut. Ja, ist eigentlich sehr gut. Das ist ein Küchen. So, dieses. Ein Kastel in der Küche. Ach, du scheiße. Was hast du für einen? Du, ähm. Das kannst du glauben. Eichhörnblick. 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 Oh mein Gott, das ist so freundlich. Ich frage, wann hast du mit der Musik angefangen? Wann ich mit der Musik angefangen habe? Ähm. Ich würde sagen, letztes Jahr im November fiel das alles an. Ja, ich bin voll aufgeregt. Mega. Wollt ihr euch? Ja! Ja, Soundcheck. Deswegen müssen wir jetzt rein, Leila, weil wir eine Soundcheck. Okay. Viel Spaß! Tschüss! 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 Tschüss!